Musik So, wir gehen jetzt hier raus und schauen uns die Déjà-vu Party an. Die Leute lassen es bestimmt jetzt schon kramen. Also, wie findest du heute die Déjà-vu Party hier? Die ist richtig cool. Ich bin das erste Mal hier. Ich komme aus Oeringen. Die Party ist richtig in Ordnung. Viele Leute, alle korrekt, alle wollen Spaß. Es ist richtig cool hier. Wie findest du die Frauen heute hier? Bildhübsch, Bildhübsch. Die kommen mit mir klar, so hübsch sind die. Echt, der Hammer. Wie findest du die Musik und den DJ heute? Ich bin zwar Pole, da ist viel russische Musik, aber die ist so cool, dass ich richtig abgehen kann, Alter. Richtig, cool. Das freut mich. Ich wünsche dir heute noch sehr viel Spaß. Einmal danke euch. Viel Spaß auch. Grüße Edgar, Larry, Venja, Bova, meine Schwester Julia, Sveta, Vesta Lekker, короче. Alle meine Freunde, die mit mir da sind. Es ist voll Hammer hier. Das ist unser Fotograf heute, der Vorderstunde gemacht hat und ich stelle auch ein paar Fragen. Wie findest du heute die Déjà-Vu-Party? Sehr, sehr, sehr geil. Also es macht sehr viel Spaß hier zu arbeiten und die Leute sind super locker und so, ey. Der Hammer. Und wie findest du Musik und den DJ? Ja, kann man sich sehr gerne anhören, ne? Das freut mich. Ich wünsche dir heute noch sehr viel Spaß. Lass es krachen. So, ich nicht nur dir. Also wir feiern noch, wir saufen noch einen und dann passt es. Yeah. Wie findest du heute die Party? Ah, ich finde die Party geil, Alter. Ich grüße meine Freundinnen, meine Freunde und alles. Ganze Familie und alles geil hier. Wie findest du heute die Stimmung hier? Übers geil, siehst du das? Sogar zwei auf einmal, gleich. Wie findest du die Leute, wie findest du die Weiber hier? Einfach Hammer. Aber hier haben meine Freunde, aber die Weiber sind trotzdem der Hammer. Willst du noch ein paar Grüße zu deinen Freundinnen sagen? Für deine Freunde? Ja, für meine Freunde. Ich wünsche denen alles Gute im neuen Jahr. 2010, Jungs, das wäre ein super Jahr. Wir fliegen wieder zusammen gemeinsam im Urlaub. Das wäre der Hammer sein, Alter. Wie findest du heute die Déjà-Vu-Party? Also es ist eigentlich ganz gut, also super Stimmung, viele Leute, ganz okay. Wie findest du die Weiber hier heute? Die Weiber hier, heute? Heute? Hast du es schon mal angesehen? Die sind Hammer, geil, Junge. Schick angezogen. Ja, auf Prinzip, wir machen mal ein bisschen Bollchen. Nee, die sind gut, Leute. Alles Gute, meine Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß hier. Ähm, was soll ich noch sagen? Wie findet ihr heute die Stimmung hier? Prima, ja. Bist du hier zum ersten Mal? Nein. Nein? Nein. Wie findest du die Musik? Die Musik ist ganz toll. Die Stimmung ist ganz gut. Ähm, ja. Wie findest du die Jungs hier? Die Jungs sind heiß. Heiß? Oh. Dann wünsche ich dir heute viel Spaß, dann lass es krachen, Mädels. Grüß alle meine Freunde, lass heute alle krachen. Das ist die Party des Jahres. Mein Gott, sowas erlebt man nur einmal. Wir grüßen alle unsere Freunde und meine Schwester wünschen mir alles Gute zum Geburtstag. Aber hallo. Hey Leute, hier habe ich den DJ, der heute den Klub richtig aufgezählt hat. DJ Y7, wie fandest du heute selber die Stimmung? Also erstmal an alle Dankeschön, die heute hier waren, bei der Déjà-Lü-Party, wirklich bei der größten Party unserer Region, hier in Prestige. Also die Stimmung, die war, hast du ja selber gesehen, die war echt phänomenal. Wahnsinn Stimmung, die Jungs und Mädels haben heute alles gegeben. Also ich fand es echt krass. Ich bin fix und fertig und Dankeschön an alle. Nochmal. Visual Stream, würde es doch noch eine weitere Déjà-Vu-Party geben? Wenn ja, wann? Also die nächste Déjà-Vu-Party ist am 27. Februar geplant. Und die wird in dem besten Club Stuttgart stattfinden. Und zwar in dem Club, wo jeder kennt, wo derjenige, wo er in Stuttgart lebt. Club Courage, ihr seid die Nächsten. Da würde ich mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Déjà-Vu-Party. Also bis 27.27 ist es wieder soweit. It's Déjà-Vu-Time. Courage, willkommen.